So, das war nun Unmut Piedals. Das Profi-MMA-Debüt. Wegen Copyright habe ich es ohne Ton zeigen müssen und eigentlich auch nicht den ganzen Kampf. Sprich, er hat zwei Minuten dreißig nicht einmal gebraucht, also in der ersten Runde. Unmut, das Profi-Debüt ist nach Wunsch verlaufen in meiner Richtung, also bleibt da dran. Da wird sicher was aus, er wird nicht nach negative Stimmen her, auf jeden Fall. Also Hut ab, Hut ab, Hut ab. Stefan fühlt sich zurückdrehen. Vielleicht wird es einmal häufiger Gewicht, momentan noch nicht. Und das war wirklich. Auf jeden Fall. 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 Auf jeden Fall.